Und nach dem Song? Nach dem Song haben wir eine kurze Autogrammstunde, und zwar da drüben. Und wir können eure Album unterschreiben oder Autogramme geben. Oder T-Shirts, was ihr wollt. Es gibt zwar alles im Fanshop, ansonsten unterschreiben wir euch auch gerne Sachen, die ihr mitgebracht habt. Das ist kein Problem. Also viel Spaß, wartet, 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 braun, schweig, verliert jetzt nach und nach die Kontrolle hier. Melissa Bluffert wird gesucht, der kleine Bruder von Melissa steht da und wartet auf sie. Melissa Bluffert, die Schwester? Die Schwester und der Bruder suchen die. So, also, Melissa, Kommandant, und außerdem, Brunschweig, passt auf eure Kinder auf. Wenn ihr wo kleine Jungs wie Klaus Jaromisler von fünf Jahren wohnen, da ich mir, dass sie so lange keiner sucht. Die Schwester ist da, das ist schon mal gut. Bist du da? Oh, super, 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 super. So, jetzt gibt es noch einen letzten Song von uns und dann seht ihr uns um 17.10 Uhr nochmal wieder, glaube ich, ne? Ja, genau. Da haben wir dann auch nochmal ein bisschen Musik für euch, wenn ihr das wollt, das ist unser letzter Auftritt generell als Togo-Tour. Wir sind hier das letzte Mal in Braunschweig. Es war super schön gewesen und schön, dass ihr alle da seid auf jeden Fall. Jetzt viel, viel Spaß mit Standing Together. Wir sind hier da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020